Wir fahren heute das zweite Rennen in Londrina Short. Das erste Rennen war ja wie gesagt nicht so ganz so prall, weil wir uns ganz kurz vorm Schluss dann eben raus gedreht hatten. Was eher suboptimal war. Jetzt wollen wir eben mal schauen. Drei Streifen, 101 Liter sind drin. Back. Also wir haben genug Sprit drin. Diesmal starten wir von ganz hinten. So. 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 Ja, müssen wir schauen, dass wir weiter vorkommen hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. hängig hinterbei nicht ab und kommt vorne nicht nach dran, ja, das ist aktuell ein bisschen seltsam, ja. Und da kommt er wieder angeschossen, der Blaue hinter mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich probiere einfach mal, ob man ohne Wachsenstopp durchfahren kann oder ob man dafür bestraft wird. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meer interessant gewesen, aber so müssen wir so oder so an die Box Und das wird jetzt mächtig Zeit kosten. Und das wird jetzt mal wiederholen. Ja, aber dafür können wir dann wenigstens in Ruhe zu Ende fahren. Warum stört die Grafik jetzt so? Hahaha, jawoll, 50 Sekunden, das ist Wahnsinn. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.